so halli hallo liebe zuschauer hier sind wir in einem weiteren teil in meeting 2 wir haben wir sogar eine spezial mission event mission event sehr wettstreit sehr wettstreit jede jage monster in deinem level bereich und sammeln karten kannst 18 karten zu einem set zusammenfassen heute verbleiben für bleibt 18 so somit starten wir denn voll durch hier einmal aktiv das sieht gut aus so jetzt machen wir nämlich die pferde geschichte weiter ich möchte das pferde brennen erscheint dass du nun genug gelernt hast in der zeit für schwierige aufgaben gehe und besuche von der stadt die haupt außen posten auch achte auf die pferde medaille sie wird von ein heutiges trainingsergebnis anzeigen so dann achten wir auf unsere pferde medaille so reitet zu jedem zielpunkt 13 zielpunkt auf der karte los einmal auf zur außen seite der küste ja hier in einem weiteren teil hoffen wir mal dass sie missione gut zu erledigen sind und unsere pferde mission auch erfolgreich gleich klappt mal 4 sind wer schon dass wir gleich in level 5 rum switchen das sieht alles gut aus darüber müssen wir weil im letzten teil habe ich das ja voll vermasselt indem ich halt einfach durch ein portal durch gelaufen bin und dann bricht er dir halt die mission ab dann sagt man satz mit x war wohl nix so was haben wir denn da schönes das sind ja hier die sachen die wir dem verkaufschar abgeben wollten ach übrigens vom letzten teil zielpunkt 1 markiert vom letzten teil was wir alles abgegeben haben habe ich jetzt ungefähr schon großen teil verkauft dann müsste man vielleicht im nächsten oder über im nächsten teil mal das geld was wir erwirtschaftet haben rüber switchen und gucken was man denn mit dem yang was wir verdient haben am besten machen so in dieser folge machen wir welche missionen jenny 30 stück mal gucken ob wir jenny's finden letzte im letzten teil habe ich das ja für games nicht gefunden ich glaube die sind eher selten neben quest der verschollene bruder mirin ist ältester bruder sucht heilkräuter im tal von serion geht dort hin und sie nach ob es ihm gut geht der telebot hilft dir wenn du eine abkürzung sucht tal da müssen wir einmal auch hin so zack markiere punkt 2 haben wir auch geschafft zum orktal kommen wir doch hier unten längst ja das kriegen wir auch hin jetzt schauen wir mal dass wir hier ein schönes getränk haben und zwar die kleinen wollen wir erstmal aufbauen und die nehmen wir immer noch doch schön platz yo yo so sieht das aus ich weiß im letzten teil hatte ich da schwierigkeiten moin moin scarlett hello moin scarlett hello how are you thank you thank you for your message i hope you are at all at you are a thing okay he he wenn du kein bot bist mein freund ich hoffe dass du kein bot bist so schauen wir mal stahl bursche wo ist der gute alte stahl bursche rechts oder links no worries nice nice soo stahl bursche hast du alles geschafft geht das training weiter dein heutiges vermerke ich auf deine pferde medaillen soo spielmissionen er gibt es für das anfänger fährt ja gleich am ersten training erfolgreich dein pferd hat level 5 erreicht du solltest weiterhin trainieren bis dein pferd level 10 hat also not long not long not long my friend soo ich möchte das rein erlernen sechzeh stunden ok leider können wir nicht direkt leveln aber das hat gleich geklappt dann können wir auch gleich runter und hängen du ab von da runter, ja, können wir ich sehe, du streamst daily, ich versuche auf der Woche zwei oder drei Mal zu streamen, aber in der Moment ist das 2, 2 in der Woche, mein Freund, so, Handu ab, wie sind Sie, Handu ab, jage die Plünderer, bitte hilf uns, unser Dorf wurde von wilden Infanteristen überfallen, die Diebe haben unsere Vorrat an Reisekeksen gestohlen, wir sind verzweifelt, was sollen wir denn nun essen, kannst du uns helfen, jage die Plünderer und nimm ihnen ihre Beute ab, wir werden dich reich belohnen, ich helfe euch, du bist ein tapferer Kämpfer, mach weiter, so, Auftrag 1, du kannst diesen Auftrag insgesamt 10 Mal annehmen, okay, 10 Mal die Plünderer, jetzt leuchtet hier auch nichts mehr auf der Karte, thank you, thank you, and so, our next mission, old man, alter Mann, wir müssen jetzt hier auch noch zum alten, alten Mann hier, do you know the game, Metin 2, so, was ist das hier, Präzision, erhöht die Präzision, also, Präzision, also, Hauptquest 9, Iron Man 9, Metin 2, this game is Metin 2, Metin 2, no, I don't know, yes, this is a old game, next year, I think, it's 20 years, yes, 20 years old, of course, I know, yes, 20 years old, okay, so, old man, hello, alter Mann, transportieren, wo wollen wir, Tal Serion, stößte dich ab in Level 15, so, now, we are in the Orc world, oh, here, ach so, liebe Zuschauer, ich habe schon gesehen, dass wir unser, unser, zweite Vollmondschwert, im Shop sofort verkauft haben, ich weiß nicht, ich habe 900, also 1kk habe ich da, eine Million Young habe ich da, oh, Drachensteinspelle, veräußert, war sofort weg, ich weiß nicht, ob das zu wenig war, aber egal, jeder Young zählt, okay, where are you from, I'm from Germany, oh, dahin müssen wir, where are you from, my friend, so, 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 so because country is germany i'm from uk manchester oh nice manchester manchester sehenswürdigkeiten sechs stunden verblieben jage die plünderer keine zeit besiege wilde verinteressen ne kerab natürlich oh ne pause oh it's over there in germany germany it's just be nice with ups and downs is everything okay so holtschuhe ist glaube ich was zum verkaufen verkauf in for so maximal ausdauer nee not good so glad to hear that yes yes the world is with ups and downs i hope around the world is everything it's be nicer so the king hier liegt ein toter mann toll er war jung und dünn und hat wohl ginseng gesammelt ich fürchte es ist der gesuchte ältere bruder von mirin die leiche trägt eine kette mit einem anhänger bei sich ich nehme sie mit und bringe sie mirin nice die npc is be dead is a dead npc nice oh mirin ist einhänger einhänger für den halskettel for the mirini so wohin gehen wir jetzt jetzt müssen wir hier dings umbringen ein magisches kopf herz ja wie die plünderer besiege 30 wilder infanterist so map 2 ne we must map so what do you sense me i have normally work on day time normally work time worker so six days on the week so yes 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 work as well yes and you what you make in manchester you're a football player yes i hope a rich man rich manchester player so sounds like a hard work yeah yes i'm i'm six day in the work streamer the hard work yes 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 you are rich uk gamer football football gamer my friend so was haben wir denn hier schönes und ist jetzt bis jetzt kein der die hose raus zieht sag ich mal bankverbindung weg klick aufm link die hürde weg so so speed you're a professional artist oh nice 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 let's be nice nice artist künstler artist artist ist ja künstler so so in uk how is the weather there rainy storm rain and storms so so marine here come marine we are coming it's good now oh that's nice i hear at rosbitanian it's very rainy very rainy very stormy what to do you in work i am i am my work is a car car dealer on ice like rain yeah yes so where is marine a little car dealer my friend so marine oh diese kette die hat mein bruder immer getragen ich habe eine ähnliche kette wir haben die ketten immer getragen damit wir uns aneinander erinnern und wieder zueinander finden aber mein bruder ist nun nicht mehr da nur seine kette ist zurückgekommen mein armer bruder der krieg ist schuld dran mein bruder hat heilkräuter verkauft das war das einzige das geld einbrachte so konnten wir uns ernähren mein bruder hat immer fleißig gearbeitet damit ich genug essen bekomme jetzt ist er tot wegen mir danke dass du meine kette dass du mir die kette gebracht hast jetzt weiß ich wenigstens was geschehen ist hättest du mir nicht geholfen hätte ich das nie erfahren oh nice den anhänger meines helden bruder bewahre ich sofort sorgfältig auf und die kette gebe ich dir zum dank sie wird dir sicherlich hilfreich sein danke für die hilfe bestimmt ist er jetzt im himmel meinst du nicht auch was haben wir bekommen fragtzen weiii nice so so we can chat after stream my friend i can look your artist oh da wird es 33 Event Plünderer So haben wir gekriegt Okay So now we must go at the second map We are Discord Yes Discord is the same name here You can look and you can add me I have the same Let me think Ah here is alles noch beim alten Was ist alles beim alten? Die vor allem gar nicht Nee There is all things scrapped The same picture from Twitch I think At which I kick Spiders So Where is my friend? Have you seen it? You are my friend Yes you are my friend So Hehe Moin moin So Jetzt gimme The next mission We must go At the second map Oops What is that? The helik bonus name Yes yes I can Accept I can accept After After my session here I am recording for YouTube Same time So Where we go Wilder Infanterist We need Where is the mission? Da Jage die Plündere 30 times 30 Wilder Infanterist Wilder Ergebener? Nein Oh Why are we in the dodge? How long it will take? I think I have Let me see Minimum one hour I think Wilder Infanterist So Why I can Write I can write When the session Is 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 Going To finish And then We can So And then We can chat Joshua I mean Oh Thank Nice Nice Waiting for you Oh When the session When the session Too long for you You can Go sleep And we can Another day It's no problem So 29 Bald ist es Zeit Für eine Pause 5 Minuten Nice So Wilder Infanterist This guys We need 29 Times With the cap Where are you So My friend Where are you I Catch you Zorda This is not Ah here No But I can Kill them Yeah Hello My friend How are you So Look at the Damage Oh 1327 It's not Much But It's enough It's enough For Beginning From meeting So 27 Hello Oh Oh Nicht auf mein Konto gegangen Schade Verfassung Betrachten 100% Yeah Oh man Mist Muss ich jetzt wieder CH wechseln Liebe Zuschauer Oh Ich wechsle mal lieber CH Hier Oder Ja I must Change Channel Too Many Guys This Here Oh Nice Jan So We are Going Channel 2 Channel 2 So Nice 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 So Wilder Infanterist Aber wir müssen jetzt erstmal die Mission starten We start The mission So Yes Okay Yes On this side Ungewöhnlich So Wo ist mein Freund With the Cap Wo ist mein Freund Where are you Wilder Infanterist Wo bist du Ah warte mal Ich kann ja gleich Level 33 Wüsten Für Auge Mutiger Großer Org Oh Ich war doch gerade am Tal Ach Egal Können wir gleich dahin Wieder No one With the Cap Okay We call Last Last Place Müsst ihr auch alle umbringen Oh Da kommt einer Kann man den nicht hier so ban See da So Da Wilder Infanterist Wait 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 Wir haben wir geschafft Hier Bald Weine Pause In Eine Minute Das ist natürlich schlecht Ich muss da natürlich einmal gucken Dass auch mein Chat parallel läuft Nicht Schwarz Wind Nein Wilder Infanterist Da 25 25 Oh Oh Nicht umbringen Wieso bringst du ihn um Mein Freund Ah hier Haben wir Vor der Nadel 25 Da ist er Nein Hau nicht ab Mal ab hier Haben wir was gekriegt 24 Ja Da ist er nochmal Ah Jetzt geht er Weg hier So Einen Moment So Mein Chat ist hier Mein Chat ist nicht mehr da Wo haben wir denn hier Eltern Zwei Oh So So Jetzt sind wir wieder da Den mache ich noch nicht Aber hier den 23 Stück noch Wilder Infanterist Hier auch noch einen Ja Was haben wir denn sonst noch da So Hey Da Bleib stehen Hier Oh no Bleib hier stehen Kollege 21 21 21 So Dann machen wir gleich hier wieder Den nehmen wir gleich mit Komm aber auch Oh man Hab ich nicht gekriegt 20 20 20 Stück Die lassen hier nicht mal am Leben Die Jungs Muss ich jetzt wieder wechseln Oder was Habe ich denn noch einen getroffen Nein Ah hier Oh der bringt mir die Nummer Ne doch nicht da ist er den suchen wir hier ich hebe sie das mal bitte auf oh 6% auf auf exp oh that's nice that is nice so was haben wir denn auf dem herzen das ist alles okay mp brauchen wir noch lasst meine caps leute in ruhe was hab ich denn hier für die brauchen wir nicht die brauchen wir auch nicht brauchen wir alle nicht hier ist der guy und weg Stück Edelstein oh lasst er denn liegen this is nice oh bitte lass ihn liegen Stück Edelstein was kostet das nochmal ich glaub ich hab hab ich gekriegt ey hab ich gar nicht gekriegt oh ho ho schade hat er einfach mitgenommen muss nochmal Dings wechseln hier einfach nochmal ch wechseln weil sie ist auch voll gehen wir auf 3 rüber auf 3 r 39 bei sie mir 40 wir dürfen Dings nicht vergessen wir dürfen 18 oh man warum wartet er denn die ganze Zeit auf mich lasst es da ist einer zählt oder was 17 dann gehe ich lieber so und dann jage ich die da ist noch einer oh leider nicht mit Mütze ne hier ist keiner hier ist keiner hier ist keiner was haben wir denn da was haben wir denn da hier haben wir auch nichts da war einer schade der Zuschauer denkt sich dann auch wieso sterben die einfach vor ihnen die ganze Zeit erklär ihnen das mal dass es bei dem Spiel nicht normal ist so er denkt ich kill einfach alles wie mache ich das denn wie kann ich ihnen das erzählen dahin muss ich jetzt so hier ist der nächste Bilder im pantherist 16 noch so ne hier ist nix äh was war das ja gemonte in deinem level bereich und sammeln achso mein level bereich mal gucken mal gucken mal gucken wenn wir das denn bekommen heißt das die sind nicht meint da war einer da war einer da war einer so wir brauchen nur noch 16 Stück oh will der im pantherist lasst ihn in ruhe vielleicht ihn hier umbringen ist schon weg hier kommt aber einer die wollen die gar nicht haben war 65% da gibt es ja gar kein prozent mehr ich brauche bilder im pantherist bilder im pantherist ja geht die plünderer die gegner die plündern noch gar nicht mal die plündern hier oh ich dachte da ist einer dabei hier ist auch keiner bei wenn ich da bin ey einfach ein anderer ups einfach ein anderer Typ drop vor meiner Nase da bitte 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 ja okay 15 14 yes reicht schon ist auch wieder weg ist das hier so ein Stein sammeltyp fuck der ist schon weg der nimmt alles auf der nimmt alles auf jetzt muss ich mal gucken ob ich da gut sitze ja bisschen klein kopf merke ich gerade aber sonst so ist gut he he so wo haben wir den denn well that's my friend da now is he dead schade aber so sieht er gut aus da drüben überlebt ja keiner hier komm 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 wilder im fernterist ich brauch dich oh geht nicht ach die lassen das der hier irgendwie links machen war 14 stück noch komm oh wo waren die denn sonst noch plünderer plünderer wo bist du ich geh mal andere ch hier da schnell 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 bevor du weg gehst 13 hier noch ein oh geh weg geh weg geh weg so 13 oder der weg geklaut 13 aber ich kann die meinen yang bombe aufnehmen wenn ich das natürlich wenn ich das natürlich auch verursacht habe also verdient habe wo bist du da bist du schnell 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 oh nein oh schade schade marmelade da ist einer auch schon weg ist weg ok 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 aber hier ist auch schon weg war verbuggt wo hatte ich denn meine schönen goldene schatztruhe wer jemand da hier arbeitet von den promethin leuten gerne den namen hier bahn ich vielen vielen dank 25 weil das ist nämlich ein 25 hier jetzt noch andere channel das ne goldene schatzruhe schatz ihr wollt mein schatz sucht die doch und jetzt ch2 machen stein später 10 sekunden ok ich gehe 5 5 ist meistens wenig besetzt channel 5 I hope dange oh man was soll man machen ich glaube Gamefoque muss einmal dings machen ein channel spezial und mit kohle zwölf stück oder zwölf stücke ich brauche nur noch zwölf stück liebe leute dann haben wir das auch geschafft da hinten war einer neben mir habe ich trotzdem nicht gegen die kriegte sofort warte ich warte hier hier will der wilder wilder sofort ich weiß gar nicht wie man denn hier leveln soll aber das kriegt man auch hin ich hoffe natürlich dass die hotspots weniger ist jetzt 10 so ich warte jetzt noch mal 11 11 so hier so denn ja gut den 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 habe ich 9 ok ok hier kann ich ja stehen ich weiß gar nicht wie ich denn nachher links machen soll die militär quest zodiac städte militär quest oder so in der wüste ich habe die wüste mal gesehen die wüste ist wirklich eine wüste da kannst du nicht fuß fassen das ist nämlich der reinste horror so na das sind nicht meine truppen es wird sofort tot sofort dead so jetzt müssen wir mal gucken wo bist du ist auch keiner bei auch leider kein wilder infanterist dabei können die mal aufhören nein hier ist auch keiner da bitte lass ihn am leben acht gut 8 8 8 8 8 25 so auch man hat er nicht gegeben schade 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 schnell sieben jetzt recht könnt ihr 777 6o gut noch gekriegt haben wir auch bekommen 5 255 da seiner komm junger komm nicht drei nein nicht auf dem map 4 4 stück ist da noch einer versteckt nein sowieso jetzt alle weg 4 stück da schnell 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 ja 3 hier ist einer das ist auch gut zwei noch zwei noch zwei noch zwei noch zwei noch das ist sehr gut lang schwert alle 5 das wäre was gutes wilder infanterist kommt ein noch kommen haben wir noch einen mit der mütze hier einen mit der mütze ups oh hat er nicht gegönnt der boobie gekriegt egal ein noch es ist so gar nicht den letzten finden wir jetzt nicht mehr komm den letzten finden wir nicht mehr wo sehr wo sehr wo bist du mein freund no wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du man ist das schwierig willst du vergessen wirklich suche achten sowieso alle weg mit der mütze den mann mit der mütze suchen wir da da oh da hat den letzten soll er mir jetzt da lassen ich hoffe dass ihr irgendwann mal nicht mehr spielen könnt dass ihr einfach nicht mehr spielen dürft können ja nicht aber dürft so jetzt bitte ein noch er lässt sich mal ein da du da bitte 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 hat er nicht er heißt sogar hat weil er hat nimmt der bub da ich gekriegt nicht bekommen gibt's doch nicht der letzte ging auch so gut wo finden wir dich den mann mit der mütze mein ich bin er denkt ihr das bringt spaß oh man das bringt doch gar keinen spaß wenn du dir alles erwirtschaftest wurde hier häckst häckseler die gibt's ja auch gar nichts mehr wir sterben hier noch schneller wilder infanterist wo bist du sterben wir nicht von denen die sind ganz anders wo ist denn nur noch einer bitte einen brauche ich nur noch den gibt's ja gar nicht mehr da hinten bitte mein freund bitte 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 komm ja du hast die plümer besiegt und vier reisekicks an kirill zurück zu handu ab so jetzt trinken wir mal hier aber ein bewegung geschwindigkeit aber welche trinken wir denn hier oh 60er ist viel ein 10er für den schnaps trinken so wir haben die mission geschafft wir reden jetzt schnell einmal runter wo war das handu ab reisekicks stand da irgendwas ja die plünderer so bringen die reisekicks zu handu ab handu ab ist doch hier irgendwo da aber leuchtet nicht mal guck mal wenn du das nicht mal weißt wo das ist blöd gelaufen denn magic stones bekaufe exos und mark kauf eq pakete eq pakete was ist das denn so hier rennen wir runter denn da oder soll ich durch die stadt ich glaube durch die stadt ist schneller ne ja schneller ja gehen wir mal schnell so rum schnell und schmerzlos die dinge muss man normalerweise auch aber wir haben sparbedarf das licht hier hier können wir uns alles aufsammeln und alles verkaufen oh ist ja alles ich hoffe das kann man verkaufen und gibt kohle kettenglieder niedergürtel was das denn für ganzes item band so wonder ne handu ab handu ab wollen wir hin jagd aufgrund während du weg warst hatte neuer geplündert diesmal wurden die bilden ergeben da überfallen lassen sie nicht umstehen könnt mich auch nicht zählen geh auf die jagd nach wenn ihr doch begibt dich nicht alleine gefahr gruppe bis versuche mindestens ein weiterer partner um diesen auftrag zu erfüllen aber das ist doch den level low level war stricke zu bringen suchen wir uns ein weiterer mit mir und gehen sie mal auf die all ach bro egal wir gehen jetzt einfach hey viel vielen dank viel vielen dank ich danke sehr herzlich dafür so jetzt schauen wir mal dass wir irgendwie nicht dass die event mission machen sondern jagd auftrag machen wir unser jagd auftrag jetzt schön so hier müssen wir zum alten mann wir müssen zum alten mann nämlich hin das ist ja alles müll müssen wir beim gemischt warenhändler später verkaufen aber so gehen wir erstmal ich habe nämlich respekt dass ich jetzt die jung helden waffe verpasse aber aber noch nicht so schnell ist einfach nicht jemand über eine kugel einfach überlevelt aber schauen wir mal was wir von jagd auftrag bekommen so alter mann moin transportieren ich möchte zum tal serion da war ich da schon am anfang des teils aber 1000 ausgegeben wenn ich mit teleporter oder so das 7 7000 8000 so jetzt müssen wir mal gucken jagd auftrag level 33 mutiger großer org und ich glaube ich habe jetzt zwei aber event missionen mutiger großer ork doch das sind ja das sind ja die die sind jetzt sich ok dreiergruppe a 32 ok zählt ich soll nicht mehr toll mutiger stolzer ork wo seid ihr einmal und dann nie wieder da wir sind ein bisschen dunkle aber warte mal kann ich den jahre aktiv ja aber ich muss 39 oder so machen für gleich event skorpion skorpionsschwanz skorpionsschwanz plus oder so mehrwert oder der wen oder der andere da mutiger wie geht es dir ich brauche dich zur mission 26 stück hier noch mal ist wie einfach es ist wenn die nicht einfach alles weg fahren die bottern nicht die schönen bottern nicht schön die nervtöne nicht so fährt aufziehen jetzt gehen wir mal hier rüber ich hoffe dass da ja die plünderer event zehn missionen und dann müsste ich den reich werden nur normale oder auch ist auch noch unnormal ganz allein ein ork so stolzer ork stolzer ork ork where are you nein 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 stolzer ork nein fern Speer, ne das sind die nicht Ork Speer brauchen wir nicht Ist da noch ne Gruppe? Stolzer Ork, Stolzer Ork, Stolzer Ork, ne Ne hier sind die nicht Mutiger suchen wir Mutiger hat er hier schon mal Geleuchtet Vor den Portalen Ich glaube das Gebiet Johann ist gelbes Reich So jetzt schauen wir mal Hier ist nix Hier ist nix, hier ist nix Da ist auch nix Mutiger Ork da Haben wir euch doch So die Übeltäder werden gesucht Hä? Achso zählt er Äh da stand was Ah schade Mutiger Ork Da haben wir den nächsten hier So Das haben wir auch Jetzt schaue ich jetzt hier einmal Ah 17 Stück nur noch, cool Geht der ratzifatzi Wenn wir die finden Heißt das Ne hier sind die nicht Wo seid ihr? Drei Stück müsst ihr immer zusammen sein Mutig, mutig, mutig Seid ihr schön mutig? Stolze Ork Stolze Ork Stolze Ork Da Oh den nehmen wir auch mit Komm bitte drop Vollmondschwert Das war immer unser Traum Das war immer unser Traum Dass wir dich hier umlegen Und dann einfach Vollmondschwert Aber nein Das haben wir auch Das haben wir auch 14 Stück Warte, wo machen wir hier nochmal Jetzt ein Stück So Hier sind ja gar keine mehr Ich glaube ich muss nochmal Channel wechseln Einmal Channel wechseln Machen wir mal Einmal den Kanal wechseln Channel 5 auf Worauf sollen wir rüber? Drei Machen wir mal Wir gehen einmal auf drei rüber Und hoffen dass da Dass da denn wieder unsere Orks Da sind Oh Wir haben unser brutalen Bogenschützen Der jetzt was droppt Droppen sollte Komm Na Stolzer Ork Welche brauchen wir? Mutigen Stolz 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 Nein Wo seid ihr mutige Orks Mutiger Ork da Ist gut Ist gut da sind immer drei Drei Kollegen da Ne Miteinander 14 14 Stück Haben wir schnell geschafft Die Jagdmission auf jeden Fall Nein Pferdchen Ist bestimmt in seiner Range Ist bestimmt in seiner Range von den OTM Bottern So So Ich brauche da Zeit hier doch Die brauche ich Die brauche ich Die brauche ich Nur zwei Stück? Egal Nehmen wir mit So Habt ihr nochmal hier welche? Ne da nicht mehr Hier hinten? Hier hinten sind keine versteckt Glaube ich Ne Leider nicht Ich glaube die kommen auch nicht Ne Hier sind keine mehr Hier nochmal Nein Hier nochmal Nein Stolz Ork Mutiger Ork Da Oh Das wird hier heiß Da nochmal Okay Acht Stück Sieben Sechs Sechs Stück Drei haben wir hier schon mal Vier Stück Pferdchen Muss Platz machen Ah da Letzten drei Mutiger Ork Mutiger großer Ork Hey 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 Stehen geblieben Ich brauche euch Erhalte die Belohnung über das Questfenster So Jagdauftrag 20k Ebenholz Halskette Ach so Halskette Ich dachte Ich dachte eben Holz Eben Holz Eben Holz Ring So jetzt weiter Mutiger großer Ork Speer Ja Die sind doch hier bestimmt Mutiger großer Ork Speer Die habe ich doch hier gesehen 40 Stück Es waren die drei Dinge Orkämpfer Nee Orkämpfer Auch nicht Orkämpfer Ein Prozent Habe ich gekriegt Da sind die Orkies Die haben wir gebraucht So haben wir noch ein bisschen Tempo Wie sehen denn die Speer aus Stolzer Ork Speer Mutiger großer Mutiger großer Ork Speer Ach die Die finden wir ja auch Hallo Oh nein Oh no Oh no Ups Sorry Oh no Sorry Warte mal Die Verbindung Ist einfach weggegangen Wo bist du Einfach weggegangen So Warte Regeln wir sofort Regeln wir sofort Was ist das hier So So Hier rüben Gehen wir mal vier rein Wurden wir nämlich rausgekickt Das geht ja nicht Ich hoffe das für unser Pferdchen Unser Pferdchen war weg Wir wurden leider einmal rausgekickt Ja Unser Pferdchen ist wieder da Wir brauchen nämlich 40 Mutiger großer Ork Speer Das waren ja die Drei Mit 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 Die waren aber nicht hier 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 hat er gezeigt Aber Hier sind die glaube ich nicht Da Die brauchen wir dreimal Oh ein Typ Getropped Tödlicher Panzer So Haben wir da was schönes mit Schade Schade Moin Wo ist das hier Dings Wie heißt das Autojagd Ich glaube das mit Autojagd Aber hier kommen dann halt meine Pots brauche ich Da hinten Ne die brauche ich nicht Kommen noch welche Hallo Der Zauberer Ne Ne Die brauche ich eigentlich nicht Ne das bringt nichts Die ganze Zeit drauf warten Das bringt nichts Ich hatte die doch hier Dann zeigt der doch hier an Wenn ich jetzt so drauf drücke Da Ah ok 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 Hier oben sind die Yeah Toller Spezialist Nice Boss Oh toller Spezialist Lass was drauben Bitte Gib was ab Wir haben nicht damals Immer gejagt Und immer irgendwas gedroppt Habt ihr das weggenommen Liebes Mädchen Team Schade So Was hab ich denn noch 23 Noch einer Nicht getroffen So Ups Oh 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 Hey 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 Da waren wir noch fertig Oh siehst du Tödliche Pflanze Plus 4 71 Cool Sechs mehr Beteiligung Drachenstein Später Geht Aber wir brauchen Natürlich Wo sind denn meine Leute hier Wo sind denn meine Leute hier Ist nicht da Wo war das noch Und da ganz hinten Ho 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 Ja ja Gehen wir hier einmal da hoch Einmal hier oder Und da sagt er ne Gehen wir doch mal hoch Und schauen mal Ach das ist ein Fanatiker Der Kram Oh 45er Meeting Schaffen wir das Am Berg Oh Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Hau ab Hau ab Hau ab Das wird wohl nix Schnell Schnell Ciao Aber hier kann ich ja wenigstens Einzelne Tier level Wie heißt das Hier muss ich mir mal merken Und wenn du hier Auto Autojagd an hast Ganz wenige Leute Und hier Hast du nicht Eine Gruppe Aber das dauert Hey Kommt man ja gar nicht raus Oh Oder doch Ich dachte schon Liebes Publikum Dass wir hier gar nicht mal Rauskommen Inspiration Hier ist auch Achso Hier kommt man ja gar nicht Da hoch Hier kann man ja auch Lauchleveln Ja ok Ne Das wird nix War wohl nix Oh Das muss ich mal testen Jetzt Das sind keine Orks Ah Dann muss ich hier gucken Was die hier irgendwo sind Ich eigne mich immer noch Ciao Tschüss Ey die Ich kenn mich immer noch Hilfe Hilfe Oh den verrückt Verkaufen Feuerschuhe Max TP Oh Level 88 So Jetzt gucke ich mal Fährt runter Wie viel Schaden mache ich 170 180 170 180 240 240 221 Oh das ist richtig gut Das ist sehr sehr gut Das bringt ja doch sehr sehr was Da Speer Wir machen jetzt hier alle platt Wehm How much time have you left Ehhh I will end this Mission And then It's okay for today My friend Have you A little bit Time for me I hope Come on I have 200 here Ich muss hier alle umklingen Ich muss Ah, da This monster I think I need Just three guys 31 31, 31 Okay Oh, Oberhock Ah, das ist hier Mission Warte, da muss ich jetzt hier Dings machen Warte Ich muss den fertig machen So, ich muss den fertig machen This is the next Oh nein Oh nein, wie soll ich den denn besiegen Oh, das ist the boss from the map Wie soll ich das denn machen Man muss ja alleine machen Oh Oberhock ist einfach da Alter, was soll ich da machen Oh, Mist Jetzt habe ich das aktiviert Habe ich hier noch so ein Ding, was ich nicht sterbe Warte, warte, warte Wo ist denn das Ding Ich komme da nicht weg Äh Mit dem Stein Kompass Nein Komm, ich muss auf die vollen gehen Ich muss doch irgendwas hinkriegen Geh weg, geh weg So Oh nein Geh weg, geh weg Mach mich fertig Ich muss den Komplizen da noch fertig machen 2K So Oh nein Ich darf nicht sterben Ich darf nicht sterben Oh nein Oh nein Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Wie kriege ich ihn umgebracht Welche Tricks kann ich noch machen Hier 60er 60er So So Muss einen Trick machen Muss irgendwie den fertig machen Jetzt geht es warten Oh Komm, das ist meine Chance, Alter Die Mission Muss hier alle meine Buffs Hoch machen Nicht sterben Ah Don't die Don't die My friend Please hold the line Ich muss den fertig machen, Alter Ey, die ganzen Hacker Die machen einen fertig Ey, geh weg Geh weg, geh weg Komm, komm, Junge Oh nein 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 Musst du Dings haben, Alter Den vierten Geh weg, geh weg, geh weg so gedodcht keine panik keine panik keine panik keine panik keine panik in der titanic so schatzi was machst du da was machst du da schatzi schatzi ich muss das schaffen und ein ich muss das schaffen mein schatz ich muss das mal schaffen bleibst du weg vom fenster bitte nein haben wir gleich geschafft ich habe keinen SK, nein So SK So, jetzt nochmal hier Komm Junge, komm Junge Geh weg, geh weg, geh weg Ich muss das schaffen, ich muss das schaffen Oh 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 nein Dann mach mich fertig So weg, 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 weg So, haben wir auch wieder gedeutscht Komm Ja Mission auch geschafft, geil Oh, liebe Zuschauer Das war so stressig Du trägst zu viele Gegestätten bei dir Was soll ich denn hier wegschmeißen hier Irgendwie sowas Oh Der Boss Is not Ach Das war's difficult, my friend Oh geil, haben wir auch noch geschafft Das haben wir geschafft Was haben wir gekriegt überhaupt 20 gegen Orcs Hat geklappt Von Domenstein Ich weiß nicht, was das natürlich bringt So Ich mach mal hier kurz einmal Speer sind die hier da Ne, welche brauchen wir denn? Genie nicht Den brauchen wir Wenn wir jetzt hier einmal so anmachen Mache hier einmal kurz Die Aufnahme So Lass mich mal überlegen Ich bin aber mit bei Bin sofort bei euch Oh, kein Platz hier Ich glaub die Dinge sind Müll hier Die kann ich ja noch verkaufen Mir die machen ja auch glaub ich Geld Ja 34 Einfach den Oberorg gefunden Aber die Buffs haben sich gelohnt Oh, Oberorg Truhe auch noch Vielleicht kriege ich noch Kohle von dem Das sieht ja nicht mal normal aus So Ich bin sofort gleich da Jahröl Ich bin sofort bei僕 Drei Ich bin Fl tac Drei 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 going Drei So, ich bin dann wieder da, schauen wir mal hier, das ganze Müll muss natürlich hier nachher abgegeben werden, aber das sieht gut aus, das sieht gut aus, da hinten einmal laufen, nur Chat, die haben das unfassbare Kennenbekommen liebe Zuschauer, haha, wunderbar, einfach mit 39 und mit der Waffe, also das wäre Durchschnittschar 19, haben wir schön Dings gekriegt, du. Haben wir einfach den Oberorg platt gemacht, so, aber ich kriege auch ordentlich Erfahrungspunkte, ja, ich muss noch im Orktal nachher leveln, du. Was muss denn jetzt weiter hoch gehen, das muss natürlich nachher hier geschehen. Der hat auch nicht reingehauen. Hä, mein Pferd ist weg, ey, mein Pferd ist weg. Pferd, wo bist du, ich bin hier, wo bist du. Einfach alle platt gemacht und den Oberorg verkaufe Oberorg Truhe. Pin me, please, all press 1, 2, 3. Mal ausprobieren, da. Da sind die, die wir brauchen. So schnell bin ich noch nie gewesen, aber ich musste, manche Items muss man halt opfern für große Bosse und das hat sich einfach so ergeben, ich hatte das nicht mehr geplant gehabt. Einfach so Oberorg war da, macht 2k Schaden, ich habe nur 4 Gesamtenergie. Ich kann ja alle jetzt platt machen, Drachen, Stein, Splitter, habe ich gar keinen Platz. Aber ich musste halt auch die ganzen Splitter haben. Hey, noch mehr Splatter, wieso geht das jetzt hier los? Jetzt muss ich aber jetzt die ganzen, guck mal sind immer noch da Bronze und sowas wegschmeißen. Hier eins. Ich glaube, die bringen auch keinen Bock Amulett. Auch wegschmeißen, auch wegschmeißen. Bringen die nicht null jagen oder so? Ja, ne? Hey, moin. Was ist das? Hey, was ist das? Was ist hier Drachen, Stein, Splitter? Was ist hier Bro, Tali? Was macht ein Tali denn? Was macht der? Talisman Was ist ein Talisman denn Also plus 0 Ist 4 One wert oder so Was macht der Verhalt Ruhr was Geld Ja das ja aber Was kann ich dann machen Außer verkaufen Du alter Streamsniper Streamsniper Jetzt hab ich da Talisman gekriegt Aber denke Nicht das echtes Geld benutzt Ich Ich Nee Noch nicht Also echtes Geld soll nicht kommen Aber trotzdem Danke Wenn du das hier siehst Grüßt Grüßt Mal für das Video Machen wir hier die ganzen Krims Krams hier weg Oh man working at the same time Oh nice nice my friend So 21 25 25 25 Monsters I need Habe ich dich hier als Freundin zugefügt Was ist Wenn ich 2 W verkaufe Was ist denn eine weiße Perle Achso normale weiße Perle Scam dann Ok Ok Ich versuch Shop Tja Wo ist der Typ Wo ist der Typ hier Dunkler Ich versuch Es geht Oh 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 my friend oh can you accept my request yes when I'm going outside the game it's a full full picture full picture full build for because only sign it's full screen yes that is the name what I search search so on swine so we need 16 16 monsters we need and then we have the mission complete and then we go on the first map then it's okay or 5k bro was macht die waffe denn alle ich muss mit dem level muss mit dem level 5k 5500 k damage oh 2w und der wert 65k 65k kannst du one kannst behalten wollte kein geld ich wollte nur mal gucken das geht dann geht noch mal was mich reingelegt ich wollte nur gucken ich dachte dass sowas zum anziehen und dann siehst du was aber so manchmal hier so an dass er hier alles selber haut hier ich will hier nicht mehr ich will supporten neue leute oh danke gibt gibt gemi ein wie wenn ich das gemi stelle verdienst weißt du so now 16 immer noch ach da spaß so was haben wir denn hier schön ist 28 28 jetzt gucke ich mal hier 28 28 so jetzt mache ich mal so 18 aber das ist auch der gleiche typ 800 ich glaube ich muss mir man vollmondschwert besorgen wenn du willst mach nein spaß vielleicht sieht man sich ja auch ups kannst du verkaufen und dir ein bisschen besseres rüstiger oder besseres vormannschwert ja das hatte ich auch gedacht genau also warte mal hier muss der weiter leveln genau aber bei anderen server sehen wir uns irgendwann bestimmt ich habe Platz noch für splitter wieso ist meine so schnell hier ach so wegen dem trank bei der anderen server sehen wir uns irgendwann bestimmt bei ich bin selbst erst 30 und bin etwas höher wie sieht es dort mit den bottern aus die neue spotter botte botte so hier einmal warte stop stop my friend stop my friend so goldtagen goldtagen hält sich immer gute goldgarn hält sich auch gut an aber ich bin so geist kommt das kann ich nicht wegschmeißen nenne was kann ich denn hier wegschmeißen das brauche ich auch langschwert das weiß ich dass er nicht so viel noch ein stein splitter so nein wrong das ist weniger los aber auch keine botter kosten aber echtes geld da zu spielen immer 6 euro monat und ruby 20 euro einmalig das einmalige hätte ich bestimmt gemacht da es einmal ist aber wie ist wie heißt das wie ist die spieler zahlen die spiele an anzahl spieler anzahl zahl dort aber wie ist die spieler anzahl dort bestimmt wenig ne oberorg hat mich fertig gemacht das ist das das ist das 9 8 6 oh wir haben das wir haben das wir haben das wir haben das mein franz hier 7 hier ist der nächste aber wir brauchen die spielte also ich muss normalerweise spieler sammeln waren stop 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 rubin gravurmesser ist auch glaube ich schwachsinn das nehmen wir das nehmen wir das nehmen dass das dass das das machen eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei drei vier fünf sechs sechs ha ha when you will end the stream I end the stream when I finished the monsters here and go to the map one and then can we can I accept your and I accept your your friend on discord brutaler spitzel ist dass er coming on my friend deswegen ist es immer vorteilhaft wenn man oh warte ich kann auch nicht die rostige den klingeln kann ich einmal so wegschmeißen schmeiß ich auch erstmal weg wo ich die brauche so was gekriegt aber wenn ich das schon so viele spiele da habt ne aber ist egal so was hast du geschrieben haben gibt dort events wo man geld verdienen kann haha aber wie ist die spielanzahl dort ruby wenn wieder mehr aber nicht so hoch wie hier ach so hier sind ein teil voller bots ach dass er ja so i think we have this wir haben es geschafft so we have this now let me look jagdauftrag 34 schaffe platz in einem inventar und versuch es erneut oh bro muss ich jetzt die wegschmeißen oder kannst du auch nicht mal wegschmeißen das geht doch sehr selten eigentlich gar nicht ja es gibt das ob ich sehr selten eigentlich gar nicht immer halt auch nicht weil lohnt sich nicht viel verlieren echtes geld wenn sie gebannt werden ja stimmt aber hier schauen sie ja gar nicht drauf leider und hier ist halt das meiste und hier ist halt das meiste los so jetzt machen wir so und jetzt schnell go so das haben wir das haben wir das haben wir das haben wir ja now we are going to map 1 and sell everything i have here on the inventar for make a little bit money dunkler talisman wer interesse hat sollte sich melden im stream im chat angebot ja klar brauchen die da brauchen die sich ja auch nur e mail erstellen können direkt wieder botten und sich mit dem zu bahn ja aber guck mal was los ist wüste bekommst du nicht mal platz oh viel vielen dank sehr herzlichen dank ich danke dir sehr sehr herzlich dafür ich hoffe ihr geht es gut jetzt müssen wir einmal zur map 1 will jetzt nicht sterben vier minuten haben wir noch weil wenn ich jetzt sterb 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 so now we must go lagerverwalter wir haben einfach den oberorg gefunden wo wir was anderes gesucht haben und haben wir ihnen gekillt das freut mich aber richtig ja finde aber ekonomie hier ist auch tot geld nichts wert aber wenn man das mag auf einem server mit 1000 butter wo das gefahren der nichts wert ist ja mir mir geht es halt darum um das warte um das feeling von damals so wir haben es leute wir haben es das muss die mission hilfe für den lagerverwalter jetzt müssen wir hier erstmal runter betrunkene bürger moin so laden öffnen jetzt muss ich mal hier gerade hinsetzen dann muss ich aufpassen dass ich nichts falsches verkauft so magische verkaufen magische kupfererz nix null max ausdauer wollen wir auch nicht haben 3k 1000er talisman wirklichkeit das wollte ich nicht wegschmeißen das ist wichtig den kann ich verkaufen warte mein freund hat geschrieben so von da ja ich fühle ich aber auf map 1 e keine shops möchte stehen es fehlt alles irgendwie ja das sowieso da bin ich wirklich ob es sehr traurig drüber denn beim ch1 wenn man reingekommen ist und es immer abgestürzt ist ne abgestürzt stürzt ist war ein highlight so was das für ein pot ein einzelner 10 gold gold gar 10er danke liebes publikum für das auffang 10er solche equipments 0 young org zahn das ist alles ok typ kann man auch so verkaufen plus 4 auch den haue ich aber so weg komisch wird muss ich aufpassen eben holz als kette kann auch so weg ne kommen wir auch so weg die verkaufen wir so die verkaufen wir so so das was gebraucht wird muss ich denn dahin packen so jetzt kommen wir mal hier 40.000 eben als armband ist nix ne mein tippe wieder herzustellen ja ich spiele das game entspannt und wenn da ne tausend boter sind finde ich das finde das entspannt kann ich farm ja das stimmt da hast du natürlich auch recht aber so komplett alleine ist auch auch nicht das wahre für mich so my friend live aber dass du den obok erledigt hast doch nicht mal eine wunde hier nimmt das als dank für deine hilfe oh oh ich hatte die beste verdient ich danke dir nochmals danke dass du die anderen monster danke nochmal denkst du du kannst auch die anderen monster töten na klar die zweite beste war ein eiskohlen vom berg so an das sind gefährliche kreaturen die hier schon oft angst und schrecken verbreitet haben begibt dich zum berg so und lasse sie für ihre taten büßen kein problem oh der spinne was ich habe hier alle meine heftigen items drauf geopfert was macht er so das packen wir erstmal hier hin die dinge packen wir auch erstmal hier hin zum verkaufsspieler die dinge sind auch alle crap muss ich dir nicht verkaufen eigentlich hm warte mal wenn du ruby kommen magst kannst du bescheid sagen dann spielen wir auch da wieder und überall spiele ich mit meinen kollegen nur zum chillen auf ruby die können wir zusammen zogen dann können wir auch dir helfen kein problem wenn das mal los gehen soll sag ich bescheid erstmal hier hier schaffen so geisterschlag ist doch auch vom super holz armband da den von mir hin da ich blome gibt dir einfach der der ist so ein knecht das ist so ein oberorkruhe fangen wir auch weg oberorkruhe fangen wir auch weg den fangen wir da hin den da hin den da hin so 200 dinge haben wir aber wie mache ich das denn «So, so, so , so» noch mehr so, so, so zack 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 in dem den da den haben wir det der hier hier wir haben auch 200 dicke pots hier muss ich so machen so dann kommen die dahin und der kommt da so perle perle merle merle perle perle merle das mache ich jetzt hier alles crap login crap das wichtig das wichtig das ist wichtig die tru ist wichtig das ding ist wichtig dass nämlich erstmal wieder mit weiß der schlag nämlich auch wieder erstmal mit so fundamentstein ist das wichtig liebes publikum alles klar schreibt ihr von namen ist alles klar ich schreibe dir meinen namen von discord in stream chat auf dem server hier wirst du kaum was erreichen auf ruby reichst du in einem monat was du hier in einjahr reicht ich schau mal wenn mir die botte über hals steigen kommt mich rüber schreib mir gerne dm und twitch da ich jetzt schreibe gebannt bestimmte jedoch nicht so das haben wir das haben wir das haben wir 1 2 3 4 5 6 jetzt haben wir hier so riesen haufen misst hier aber es macht nix so jetzt müssen wir gucken was haben wir noch als aufgabe was steht da denn hier alles klar habe ich mitgekriegt mein bester habe ich mitgekriegt dann geht dann geht so level 35 emission mutiger große org kämpfer müssen wir auch hier einnehmen dann müssen wir 40 stück jenny hilfe für den lagerverwalter wir siege 5 eis golem und kehre zum lagerverwalter zurück oh my friend war so froh ok denn gehe ich jetzt zum stahl burschen bin jetzt er ist auch jetzt weg soll geschrieben aber melde dich da bin ich auch nicht mehr solo alles klar alles klar soll ich die so verkaufen oder soll ich die so verkaufen ich drücke jetzt hier zu weg würde ich ja sauber so habt ihr kauft ja niemand 2k aber da kriege ich glaube ich kohle da weiß ich ja das habe ich ja mitgekriegt kann ich die so verkaufen was ich kriegte so verkauf von der man es gibt das braucht man nicht alles man weiß ich nicht ob amelett weiß ich auch nicht wirklich blut ist auch egal so dann haben wir dass das reicht aber es kann sein dass ich jetzt beim nächsten teil die sind alle wieder weg oder dass wir uns hochleveln 50 stunden dass wir uns nämlich hochleveln und dann seht ihr mich dann halt wegen 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 dem jungen helden waffen das sehr nicht zu ende geht einfach so zu ende geht sich denn bisschen was geschafft hat bis 49 39 49 wird natürlich bestimmt anstrengend aber egal versuchen wir mal so hiermit sage ich hiermit sage ich vielen vielen dank zu diesem teil ich danke jeden herzlich der da war der mich unterstützt hat der mich supportet hat sehr herzlichen dank gerne ein daumen hoch da lassen gerne ein abo da lassen das hilft enorm ein 8 hier mit der motivation auch auf jeden fall die vielen dank und bis zum nächsten teil eure king vielen vielen dank